Guten Tag! Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern eine Bluse und eine Hose. Welche Größe haben Sie? Größe 36 Einen Moment bitte. Ich hole jetzt die Blusen. Hier habe ich verschiedene Blusen für Sie. Gefällt Ihnen diese blaue Bluse? Hier habe ich verschiedene Blusen für Sie. Gefällt Ihnen diese blaue Bluse? Nein, diese gefällt mir nicht, danke. Blau steht mir nicht. Sie haben blaue Augen. Blau passt Ihnen ganz gut. Nein, ich mag kein Blau. Haben Sie vielleicht andere Blusen? Welche Farbe mögen Sie? Welche Farbe mögen Sie? Ich mag weiße Farbe. Ich zeige Ihnen jetzt. Sie ist weiß. Diese Bluse steht Ihnen bestimmt gut. Ja, sie gefällt mir ganz gut. Was kostet diese Bluse? Ja, sie gefällt mir ganz gut. Was kostet diese Bluse? 45 Euro. Gut. Und ich möchte noch diese braune Hose anprobieren. Haben Sie Größe 42? Gut. Und ich möchte noch diese braune Hose anprobieren. Haben Sie Größe 42? Ich muss mal sehen. Warten Sie bitte. Wir haben Ihre Größe. Sie können die Bluse und die Hose in der Kabine anprobieren. Danke. Danke. Die Bluse passt mir. Ich nehme sie. Die Hose ist aber eng in der Taille. Leider haben wir diese Hose in anderer Größe nicht. Klar. Dann nehme ich nur die Bluse. Wo kann ich bezahlen? Klar. Dann nehme ich nur die Bluse. Wo kann ich bezahlen? An der Kasse. Gehen Sie einfach geradeaus weiter und dort sehen Sie die Kasse. An der Kasse. Gehen Sie einfach geradeaus weiter und dort sehen Sie die Kasse. Guten Tag. Kann ich mit der Kreditkarte bezahlen? Ja, natürlich. Brauchen Sie eine Tüte? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Hier ist Ihre Bluse und Ihre Quittung. Auf Wiedersehen und schönen Tag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Ich suche ein paar Schuhe. Guten Tag. Welche Art von Schuhen suchen Sie denn? Ich suche Turnschuhe. Ich suche Turnschuhe. Wir haben eine große Auswahl an Turnschuhen. Welche Größe brauchen Sie? Ich brauche Größe 42. Ich brauche Größe 42. Sehr gut. Wir haben eine große Auswahl an Turnschuhen in Größe 42. Möchten Sie lieber Sportschuhe für draußen oder für das Fitnessstudio? Sehr gut. Wir haben eine große Auswahl an Turnschuhen in Größe 42. Möchten Sie lieber Sportschuhe für draußen oder für das Fitnessstudio? Ich brauche Sie für den Sport im Freien. Ich brauche Sie für den Sport im Freien. Wir haben eine große Auswahl an Turnschuhen für den Sport im Freien. Wie wäre es mit diesem Modell hier? Es hat eine gute Dämpfung und eine rutschfeste Sohle. Wie wäre es mit diesem Modell hier? Es hat eine gute Dämpfung und eine rutschfeste Sohle. Das sieht gut aus. Kann ich Sie anprobieren? Das sieht gut aus. Kann ich Sie anprobieren? Natürlich. Ich hole Ihnen gerne die Schuhe in Ihrer Größe. Natürlich. Ich hole Ihnen gerne die Schuhe in Ihrer Größe. Sie sind sehr bequem. Ich nehme Sie. Sie sind sehr bequem. Ich nehme Sie. Sehr gut. Ich packe Sie Ihnen gerne ein. Was kosten die Schuhe? Was kosten die Schuhe? Die Schuhe kosten 89,99 Euro. Die Schuhe kosten 89,99 Euro. Alles klar. Hier ist das Geld. Vielen Dank. Kein Problem. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Sport. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Sport. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Sport. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Sport.